Willkommen zu unserem Afternoon-Ride. Schönstes Wetter noch. Ab morgen wieder schlecht. Deswegen haben wir gesagt, komm. Fahren wir heute sofort nochmal nach der gestrigen Tour. Der Mitte ist heiß, sagt er. Ich bin heiß wie Fretenfett, sagt er, ich bin heiß wie Fretenfett. Heiß ist er. So. Deswegen fahren wir erstmal den Trail, den du nicht magst. Dabei war er noch gar nichts von. Dann kannst du alleine fahren. Dann bist du ja warm. Wenn du wieder hochkommst, bist du warm. Und dann kannst du im Amor fahren. Hau ab mit diesem Eking-Ding, ey. Was ist daran gut? Wird er gleich sehen. Mal gucken, ob der gut ist. Schreibt in die Kommentare, ob der gut ist, das hässliche Ding. Warte, ich muss die Kamera ausmachen. Bis zum nächsten Mal. Fertig! Vielen Dank. Kacktrain hier, da ist doch voll der Kacktrain, Alter. Richtiger Kacktrain, nur ein Kacklackenschwähn. Geil! Kein Triefer aus Vorderrad. Geh! Ich muss mal mit überlegen, ich bin jetzt die Zentimeter höher gekommen. Also musst du tiefer mit dem Lenker. So, hab ich ja gemacht. Hat ja nichts gebracht. Hat sich scheiß an mit mir. Aber der Lenker hat sich doch auch mitgedreht. Dann muss ich mit dem Lenker nach vorne. Wenn der Lenker hochkommt, dann muss der Lenker nach hinten. Nein, Lenker nach vorne. Wenn er höher gekommen ist, muss er nach hinten. Entgegengesetzt. Ja, aber wenn ich den Lenker hochhole, dann dreht er sich doch zu mir. Das meine ich, zu dir. Ja, dann muss ich ihn wegdrehen. Aber du bist doch höher gekommen mit dem Rad. Also musst du doch wieder tiefer. Und nicht höher. Ja, das auch. Aber im Prinzip hat sich ja mein Lenker auch weiter nach hinten gedreht. Vielleicht fehlt mir deswegen der Druck auf dem Vorderrad. Ja, okay. Das meine ich dann nicht. Ach so. Weißt du? Mach! Ja, mach! Der Sack ist schön warm gefahren hier. Schon eigentlich am Ballern hier. Alter, kalt rein hier. Die Irre. Und? Gut. Ja. Wann musst du den Anlauf nehmen? Nein. Nein. Drei, zwei, eins. Puh. Der ging schon mal oben, Alter. Hammer. Das ist geil. Ein bisschen weiter bin ich schon mal da. Das ist schon besser hier, finde ich. Ja. Die fährt jetzt mal hoch, da runter. Ja, ja. Ah, Kette gerissen. Ja? Ja. Hä? Bei dir auch? Nein. Alter. Ist nicht gerissen. Ist abgesprungen, Alter. Vorne. Was? Abgesprungen, vorne. Abgesprungen, vorne. Ah. 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 Recken. Ah. Pfing. 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 Hele. so wie viel in Staub Drei, 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 Drei Drei, Drei Denken wir zumindest? Hier ist nur ein Bumstplatz Hier wird gebumst, Alter So gelatscht? Krass Das kann doch nicht sein Elvampo Da ist Elvampo, der zieht da ein Was? Hab ich gar nicht nötig Kommt mal vor Der ist mir zu ausgebummt, da hab ich gar keinen Bock zu ballern Du hast große Fresse, die ganze Zeit schon Laneboy, begrüßt er mich, mit Laneboy verabschiedet er mich Am Telefon, wenn ihr anruft, sagt der Dach Laneboy Mal sehen, wie der Laneboy hier ist Lass die nicht so schnell rein fahren Ja, aber... Ist ok War da gut Ist diese Kurve hier gleich schlimmer? Was? Diese Kurve hier Ah Ja Laneboy Du bist der Laneboy Junge Also wegen dir Quert meine Bremsscheibe schon wieder Weil ich so viel bremsen muss Ja Macht er nur Jetzt warte gleich Das Crafty mit 150mm Aber nur am Heck 150mm Vorne 170mm Nee, nee Warte, nee, nee Gerade das Heck ist wichtig 38mm Aha Jetzt auf einmal die Gabel Gut, das machst du doch Oh Mann Wichtiger Laneboy Wichtiger Laneboy Wichtiger Laneboy Also we don't Unversing it Alter, bist du am Stauben? Ist ja nicht mehr normal Nichts Aber Geist Du bist Gn Geist Du Du nur noch Rinden alter! ganze dinge ist nur noch eine Rinde das ist gar nichts jetzt sind wir noch nicht mal ja wahnsinn ne ich gucke jetzt auch schon wieder ein neues eingefahren ja eine innere line vorher musstest du es über die wurzeln ich seh nichts übel zu dem arsch sag ich doch ey scheiß ebiker was soll ich hier hin ja kommt durch die plus bereifung die 2,6 reifen und natürlich die ebiker die richtig genau und die nicht fahren können die das alles kaputt bremsen also wir quasi so komm scheiß ebiker du oder ich du oder ich mach mal vor ich will jagen du hast so dick gebacken das geht gar nicht du musst halt erstmal wieder hier richtig zurecht rücken dann bist du ja ganz hinten siehst mich ja nicht mehr ich seh dich alter ich seh nur staub von dir auf geht's ich schau ist voll voll kann man während diese scheibe ne was war los? wo hast du? 3 meter am arsch ich war hier unten und konnte mich umdrehen gesellig ich konnte nur eine rauchen alter bekamst du erst mein gott ein lame boy richtiger lame boy oben bist du fast eingepennt im trail alter ich bin schon fast umgekippt so langsam wasser richtig arme eines weibs nicht würdig wenn man so einen starken motor hat dann gewonnen pendelieren kann ich habe einen slowly motor alter es ist komisch dass ich da oben nicht pedalieren kann hör auf du kannst da oben pedalieren richtiger lame boy die profis machen alles aber du bist ja kein profi richtiger lame boy ab nach zu hause gehen so warte ich nehme euch mal runter hier von der bruce lachen stehen da langsamer das war's von uns in den duro vipes afternoon ride können wir nicht mehr machen eine stunde länger hell und der lorenz ist noch da so bis zum nächsten mal macht's gut abo nicht vergessen like nicht vergessen danke tschau so